Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Snapshot 20W 13B von 1.16. Let's play. Wir haben einige Tage Pause gemacht, damit ich ein bisschen farmen kann. 37 Level, 8 Diamanten gefunden, nette Sprossen gefunden im Nefer, das türkische Biom habe ich gefunden und ein bisschen Hornschild gesammelt und so weiter. Das alles habe ich alleine gemacht und ich werde ab jetzt wahrscheinlich dann auch Let's Play, äh, Nightstreams machen. Also in den Schildkröten geht es eigentlich ziemlich gut. Ähm, ja, eben die Grafikfehler sind noch da wegen Snapshots irgendwas. Sind sehr viele und ja, sie blüten eigentlich sehr oft, aber ich kann halt nicht mehr von diesen. Sie wachsen irgendwie nicht, noch nicht. Ich weiss nicht wieso, aber vielleicht muss man sie mit Knochenmehl einfach füttern. Ja, okay. Heute haben wir vor zu kraften und zu verzaubern. Danach haben wir vor, in das Biom zu gehen, das Türkis Biom. Und, ja, ich muss jetzt noch ein paar Stöcke machen. Lege ich hier rein. Und, ja, kraften gerade mit stehen. Ja, müssen wir zahlen. Wir haben 37 Level, das reicht für ein paar Spitzhacken. Ja, komm, ein Schwert mache ich noch. So, jetzt haben wir dieses Schwert zuerst. Nehmen noch ein bisschen Labislazuli mit, für die Kiste. Und, ähm, schauen mal, was rauskommt. So, das Schwert zuerst, haben wir gesagt. Ist leider nur 24 möglich. Sollen wir das machen? Ich mach jetzt einfach mal die Spitzhacken. Ist es nur 24? Wegen der Fackel, hm? Die Fackel bedeckt die Bücherregale. Deshalb. Jetzt nochmals. Gleich ein Fullstack rein. Jetzt ist 8 und so. Ah, ist noch eine Fackel. Hm. Natürlich, die Fackeln. Mensch, was habe ich die hier platziert? Drauf gehören sie. So. Jetzt nochmals. Schwungkraft. Bann. Bann. Haltbarkeit. Sprungkraft. Alles eigentlich perfekt. Schon fast. Ja. Also, Bann brauchen wir natürlich nicht drauf, aber... Gut. Dann haben wir Haltbarkeit und Effizienz. Spitzhacken. Ist wieder das gleiche, außer 3. Ähm, das müssen wir beim Amboss machen. Auch wieder das gleiche. Ähm, immer das gleiche. Immer dieses dumme gleiche Zeug sein. So, probieren wir mal einen Amboss herzustellen. Wir haben noch keinen, oder? Was wäre er hier? Okay. Ist ein bisschen laut bei mir. Einen Amboss macht man aus drei Eisenblöcken. Ist leider teuer. Ah, gut. Und dann so anordnen. Am Amboss. Das weiß ich schon seit Kindestagen. Nein, seit er noch draußen ist. Wir machen ihn mal hier rein. Und probieren jetzt zu Gewinn bringen wie möglich. Ja, eine neue herzustellen, aber Effizienz bleibt. Bleibt leider noch. Wenn man die zuerst zusammenkraftet, hat man auch 10 Kosten. Und es wird eine besser. Und wenn man jetzt die zusammenkraftet, hat man auch 12 oder 14. Und Effizienz 5. Sehr schön. Okay, dann haben wir es gewinnbringend gemacht. Jetzt haben wir leider nur noch 6 Level, aber... Ja, ich werde dann sicher bald noch eine Farmbahn, eine Level kommen. Okay. Dann schauen wir mal das an mit dem neuen Biom. Ich habe einfach ein bisschen nach rechts. Also hier gäbe es, ja, wie letztes Mal noch. Aber in die Richtung habe ich jetzt mal versucht und ich hatte Glück gehabt, weil in die Richtung hatten wir eigentlich noch gar nichts erkundet. Jetzt müssten wir einfach hier noch Wege machen, aber gut. Ja. Das Problem ist, wenn wir ärmer getroffen werden, werden wir wahrscheinlich in die Lava gestoßen. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Deshalb auch den Bogen. Was, den haben wir nicht mehr? Mist. Ja, gut. Ich weiß, dass es passieren wird, aber gut. Okay. Also. Die wird so wieder. Ja. Schaut immer jemand rein, ob ich irgendwas mache. Also jetzt versuchen wir mal den Baum. Also das ist das Biom. Echt schön. Aber ich möchte jetzt mal gerne den Baum haben. Da kommt es ja auch ab. So. Und die Plätze sind natürlich wieder. Ähm. Okay. Ich bin wieder da. Die Katzen wollen immer wieder rein. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Wenn man natürlich aufnimmt und nicht gestört werden will und alles. Deshalb hier rausgeschmissen oder ja eher rausgetragen und so weiter. Okay. Sehr viele von diesen Laternen. Die sind sehr schön. Also ja. Ich muss nur dazu sagen. Wir Warzenblock. Das kann man einfach so abbauen. Also lieber mit Hand oder mit Fockel. Also mit einem Werkzeug. Damit ihr nicht einen Verschleiß habt. Von dem Werkzeug. Oder vielleicht mit einem Schwert. Bitte schau. Danks. Ist scheinbar mit jedem. Genau schnell. Genau gleich schnell. Okay. Ziemlich cool. Also hier viel mehr von diesem Zeug. Und ähm. Ja. Eben zahlreich. Einfach nur schöne Blöcke. Die halt jetzt einfach noch die normale Textur haben scheinbar. Nicht vom Texteback. Aber das Texteback kommt bald. Denke ich mal. Ja. Was haben wir sonst noch hier? Keine Gegner. Hm. Endermans. Könnten wir mal ein bisschen farmen. Ich such mal hier. Echt. Echt. Einen Schutz zu bauen. Attach. Damit alle drücken wir hier an. So. Ah. Ja. Was machst du jetzt? Ich hab mich schützt. Du nicht. Jetzt bist du der Essen. Aber bitte nicht. Wo 1987 schauen. Geh. Das ist ein Zeriff. Ja 1967. Was ist da denn? No existem sich. Aua, war böse. Ich habe nur kurz noch ein paar Sachen gesammelt. Du musst echt nicht so blöd tun. Ja, ja, und du hast Angst, gell? Komm. Jetzt sind wir hier drunter. Ja, jetzt hat er Angst. Jetzt sterbe ich dann bald. Oh, die Lava war schlimm. Dieses Gsehne, immer die Lava im Weg. Sitten. Sittert der Körper mehr als bei den Endermännern. So, dann. Jetzt kommt einer. Also scheinbar, könnt ihr sehr gut in Gruppen aufzählen. Liebe Damen-Endermänner. So. Eine schöne Farm. Und einen schönen Enderperlenmus. Oh, lecker. Ich habe immer Angst, dass die irgendwie durchblitchen. So, die machen nämlich Schaden. So. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles. Also. Ja, noch ein bisschen weiter zu gehen. Ich möchte ja irgendwie... ... hier irgendwo ein Zykker haben. Ach. Das ist das Beste. Okay. Das ist sehr viel. Also nehmen wir doch mal ein paar mit. Vielleicht kann man nicht so einzeln klicken, aber das baut immer mehrmals ab. Aber die Effizienz ist halt zu groß. Gut. Noch ein paar random Zeugs mitnehmen. Damit wir alles ein bisschen nach Vorrat haben. Wir möchten ja auch schön dekorieren dann. Und so weiter. So. So. Noch mehr Endermänner. Aber nochmal heilen. Ich würde gerne noch irgendwas Gutes. Söldnis oder so. Vielleicht das eine Biom wieder mit diesen... Äh... Säulen aus... Ähm... Wiesestern schon wieder. Äh... Ich komme jetzt nicht auf... Ah, diese Vulkanstern halt wieder. Ähm... Ja... Das sind irgendwelche Kreaturen. Was sind das? Die sehen aus wie Feen. Sind das die neuen aus dem neuen 13b? 20b, 13b? Ich denke schon. Ja, die können auf Lava laufen. Die sehen süß aus. Aber ich habe den Bogen nicht dabei. Ich weiß nicht, wo ich ihn hin gepackt habe. Aber... Ja, dann müssen wir wieder zurückkehren. Tut mir leid. Aber... Ich muss jetzt einfach wieder zurückkommen. Deshalb müssen wir... Ah, die Ranken können wir doch noch mitnehmen. Einfach eine einzelne oder zwei Ranken. Jetzt habe ich auch keine Schere dabei. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Okay. Sie fallen immer wieder so voll runter. Also... Aber die können wir sicher anpflanzen. Das ist komisch, dass die voll runterfallen. Hm. Also jetzt müssen wir hier links nach oben. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auf dem Weg. Ja, aber so gut können wir jetzt nicht nach oben. Wir müssen uns durchgraben. Wir müssen noch gar... Wieso sind die Endermann irgendwie kleiner? Der ist jetzt gerade ein bisschen kleiner. So. Toll. So ein Mist. Wenn man zu schnelle Spitzhocke hat, dann hat man einfach Mist. Oh. Oh. Na. Da hat mich alles so nötig ab. Na, hier ist der Weg. Und ich habe mich genau hier hin hochgegraben, wo der Weg ist. Zufall. Natürlich. Einen großen Zufall. Ja. Also jetzt schützen wir gleich mal kurz hier einfach eine Seite. und ich mache dann die andere Seite, damit wir einfach sicher sind, weil es im Gast oder so angreift und ein Schwein runterfällt und dann angreift, sind wir auf sicherer Seite, wenn wir jetzt einfach kurz ein bisschen hier noch, super, vielleicht sogar zwei, aber dann sieht man nicht mehr oben drüber, was genau hier ist. Oh, es ist schon fertig. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir wieder durchs Portal. Okay, gut. Die Lava könnte dann auch mal noch weg. Und jetzt ist wieder Nacht. Schlafen und wieder das Geräusch vom Fischen. Das sollte auch weggehen. Also, es ist einfach zu laut. Für mich wäre ich sicher nicht. Ich hoffe, es ist gut. So, was brauchen wir? Einen Bogen. Ja, wo haben wir? Wir haben ihn dabei gehabt und ich habe nicht gesehen, wer er berichtet hat. Okay, wir haben ihn dabei gehabt. Also, was wollten wir machen? Diese Schweinchen angreifen. Machen wir doch das noch in diesem Part. Ich muss sowieso die Gegner auch erkunden für neue Biome, damit wir die neuen Biome ein bisschen inspizieren können. Ich weiss, wo die sind. Müssen wir halt irgendwie auch einen Weg bauen oder ein Portal. Ich mache am besten dort ein Portal und verbinde das irgendwie. Ja, weil es ist ein Snapshot-Let's Play. Ich mache in einem richtigen Let's Play wirklich alles mit euch, weil ich in einem Livestream eher und die tollen Sachen dann in einem Video. Aber ich möchte euch ja auch nicht langweilig in einem Livestream. Ja, solange es halt diese Grafikfehler gibt zwischen den Blöcken, das ist wahrscheinlich wegen einem Anti-Alyzing oder wegen einer Anti-Alyzing-Filterung. Aber das kann ich eigentlich nicht deaktivieren, weil es Multicraft nicht anzeigt. Es zeigt nur den Minecraft-Launcher an und das hat irgendwie keine Wirkung. Es muss irgendwas von, ja, einfach Snapshot-Möglichen sein, was ein bisschen Grafikfehler produziert. Oder einfach, dass NVIDIA irgendwie die Probleme macht mit den Texturen-Zwischenräumen, also den Block-Zwischenräumen. Ja. Okay, noch ein paar. Naja, wir müssen einen Bogen mit Unendlichkeit haben. Okay, der ist ruhig. Aber die Pfeile brauche ich wieder. Da. Okay, Pfeile nehmen wir noch mit. Schauen, ob irgendwo hier ein Monster gespawnt ist von der neuen Nö. Nö. Aber hier. Hoffentlich. Irgendwo ein bisschen in der Nähe. Müsste vielleicht auch eins angreifen. Ich habe leider keine Blöcke dabei. Hm. Machen wir das ein anderes Mal, wenn wir Unendlichkeit haben. Mist. Mir fällt einfach manche Sachen nicht ein, weil ich ja nicht so viel Minecraft spiele, dass ich das überhaupt mitnehmen muss. Ja, wir müssen Level formen. Wir müssen ja neue Biome finden. Wir haben dieses eine. Ja. Stein Biome. Seelensand Biome. Seelensand Stahl, glaube ich. Wir sind so kurz drüben. Und... Hey, wir sind doch hier hoch. Wir sind doch hier hoch. Hallo. Hallo. Ja, das ist auch Seelensand. Äh, Seen. Das ist... Seelensand. Ja. Wir brauchen das andere Seelenstein, oder wie es heißt. Hm. Okay, hier mache ich jetzt zu. Fertig. Das ist mir zu gefährlich. Jetzt bin ich schon wieder fast reingefallen. Aber wo sind wir jetzt hier hoch? Ich weiß es nicht mehr. Was ist hier? Ich weiß es. Ah, hier. Okay. Markieren. So. Ja. Ja. Natürlich. Gut. Also. Gehen wir doch ein bisschen auf Erderkundung. Ähm. Wir brauchen unbedingt einen Dschungel. Ähm. Bambusdschungel. Wir brauchen unbedingt ein Meser-Biom. Wir brauchen unbedingt ein Pilz- und Megateiger-Biom. Bozol und, ähm. Wiesel. Und einfach die Sachen, um ein bisschen Dekoration zu haben meistens. Also nicht so dringend. Das Bambus ist eigentlich schon gut zum Bauen. Und so weiter. Aber ja. Also dieser blöde Wasser- und Lavofall muss weg. Aber wir kommen jetzt hier gar nicht so gut hoch. Hier rüber. Und dann nochmal ein paar Blöcke abbauen. Ja. Wenn wir auch hier hoch müssen. Und ja. Jetzt bauen wir uns hier gerade nach oben. Dann haben wir das gleich. Weil ich will hier nur ein Gehege drüber bauen. Drum bauen. Genau so. Damit einfach dieser Lavafall weg ist denn. Nein. Das habe ich nicht geplant. Schnelle Lava. 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 Hören sie auf zu brennen. Das ist gefährlich. Wie man einfach Glück hatte. Heute wirklich dreimal Glück gehabt. Wie stark die Lava ist, wusste ich gar nicht. Also ja. Damals. Früher, als man sich noch wirklich nicht so gekümmert hat um... Hä? Wieso geht die Lava nach oben? Das ist nicht realistisch. Es geht immer an einer Seite raus. Also muss man schon noch ein bisschen auf... Oder einfach umleiten, ne? Eigentlich ist das jetzt gut genug. Okay. Es verschwindet im Nirgendwo. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt schauen wir mal kurz hier ran. Ich sollte ja schneller abfließen. Aber Minecraft ist doch immer ein bisschen langsamer. Ja, und dann ist der Part eigentlich schon bald wieder vorbei. Ja, ich denke ich mache ihn jetzt schon vorbei. Aber ich mache jetzt wieder mehr Parts natürlich. Es kommt sicher dann morgen oder übermorgen dann ein neuer Snapshot. Eine Version raus. Und ähm... Ja. Dann haben wir vielleicht wieder neue Blöcke. Mal sehen. Okay. Bis dann. Tschüss.